Sie wollen sie in die Falle locken. Wir beginnen mit der AfD, denn diese haben jetzt momentan Rekordumfragewerte. Jetzt gerade Versprechungen machen, die sie im Nachhinein nicht einhalten werden. Genauso wie es die Grünen damals gemacht haben und auch viele andere Parteien gemacht haben. Das Vertrauen in diese Regierung, das schwindet von Tag zu Tag mehr. Also die AfD hat als Ziel offensichtlich auch nur an die Regierung zu kommen und in diesem System, mit diesem System so weiter zu arbeiten. Und deswegen ist die AfD auch nicht die Lösung der Probleme. Ich möchte noch rübergehen zum Russland-Ukraine-Krieg. Also so wird das Ganze jedenfalls niemals beendet werden, sondern auf Dauer weitergehen. Und wir sehen ja auch, dass im Moment auch wieder eskaliert wird. Ja, das, was Anthony Blinken da gesagt hat, ist eigentlich die absolute Sensation der Woche. Weil das widerspricht allem, was die Amerikaner in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegenüber China an Politik gefahren haben. Dieses riesige Kartell aus BlackRock, Vanguard und den großen IT-Konzernen, was die Welt im Moment beherrscht und was die Politik beherrscht. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir sind da, meine lieben Freunde. Liebe geht raus an die ganze Community. Natürlich auch vom ganzen Twitch-Chat oben in der Ecke, ihr seht's. Und zwar gehen wir jetzt mal wieder in einen Peter rein, ja? Das Wort Peter hat sich für die Videos etabliert. Peter it in, man. Und zwar ist es mal wieder ein Video von der Chrissy und Ernst Wolf zusammen. Das Video heißt, sie wollen sie in die Falle locken. AfD-Skandal, Stoltenberg-Skandal, Taiwanplan und Intel Subvan. Von einigen Worten, die hier im Titel drinstehen, habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Deswegen habe ich mir gedacht, interessant, mal sich das reinzuziehen. Und ich mag auch die Kombination aus Chrissy und Ernst Wolf. Deswegen gehen wir heute auch wieder rein. Liebe geht raus an die ganze Community. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir los. Let's go. Übrigens, Freunde, wollte ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Guckt euch mal an, was für eine geile Farbe mein Juice heute hat, ja? Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, was das für ein Juice ist. Der passt perfekt in meinen Hintergrund. Perfekt zum Stuhl, zum Bild. Sieht mega geil aus. Wollte ich mal kurz erwähnen hier. Und los. Es sind nur irgendwelche merkwürdigen, meist grün angehauchten Menschen hier, die sagen, nein, das darf man nicht sagen. Also das ist wirklich eine völlig absurde Verdrehung der Wirklichkeit. Das Vertrauen in diese Regierung, das schwindet von Tag zu Tag mehr. Hallo meine Lieben. Wir haben heute wieder spannende Themen mit. Ernst Wolf, vielen Dank für Ihre Zeit. Die zwei Süßen. Chrissy am Strahlen wieder fühle ich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir sprechen heute wieder über aktuelle Themen. Und im Nachhinein möchte ich aber auch noch ein paar Themen ansprechen, die man hier so auf dieser Plattform nicht sagen kann, die es dann auf mein Opinion meiner eigenen Plattform dann dementsprechend in unzensierter Fassung gibt. Wir beginnen mit der AfD, denn diese haben jetzt momentan Rekordumfragewerte. Das ist krass, Mann. Und dann von einer zur anderen Partei vorbei. Und ja, dann kommen schon die ersten Diskussionen, ja, sollte man das vielleicht verbieten und auch der Verfassungsschutz muss doch da irgendwie einschreiten. Ja, wie schätzen Sie grundsätzlich diese gesamte Situation ein? Habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass die AfD echt da in den Umfragewerten und auch in den, äh, gab es nicht irgendwelche Wahlen sogar letztens, irgendein Bundesland oder so, glaube ich, ne? Dass die da heftige Werte hatten und in Prozentpunkten immer mehr aufsteigen. Ja, das ist halt klar. Das ist auch deren, deren, deren Plan, so, glaube ich, mehr oder weniger. Die Dinge anzusprechen, die sich keiner traut anzusprechen aktuell und so die Opposition zu sein, das zu sagen, was das Volk aktuell denkt. Und es war mir schon fast klar, dass die immer weiter steigen werden, dass die, die Prozente von den Jungs innen immer mehr steigen werden. Das Problem bei der ganzen Geschichte oder was meine persönliche Ansicht ist, ich vertraue diesem ganzen Parteisystem nicht mehr, so. Schon länger nicht mehr. Und ich glaube, wenn die AfD zum Beispiel jetzt den Bundeskanzler stellen sollte und dann da eine Position bekommt im Bundestag, die, ähm, sag ich mal relevant ist, so, dann wird sich deren wahres Gesicht zeigen. Und ich glaube, dass auch die jetzt gerade Versprechungen machen, die sie im Nachhinein nicht einhalten werden. Genauso wie es die Grünen damals gemacht haben und auch viele andere Parteien gemacht haben, so. Deswegen da jetzt so ein heftiges Vertrauen reinzulegen und alles zu glauben, was die erzählen, ist, glaube ich, auch die falsche Sache. Weil ich glaube, erst wenn die an die Macht kommen und in entscheidende Positionen kommen, wird sich zeigen, was die wirklich umsetzen wollen, so, weißt du, oder tun. Was die wirklich tun von dem, was sie vorher versprochen haben. Und wenn man einfach die Vergangenheit durchgeht, dann war es bis jetzt eigentlich immer so, dass Parteien, die irgendwas gepredigt haben oder irgendwas im Parteibuch drinstehen haben und gesagt haben, wir werden das und das und das tun. Als sie dann an die Macht gekommen sind, haben die genau das Gegenteil teilweise getan. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Sache, wo man auch skeptisch und vorsichtig sein muss. Also wundern tut mich das eigentlich nicht deswegen, weil die Ampel-Koalition ja jetzt mit dem größten Problem überhaupt kämpft, was eine Regierung haben kann. Und zwar ist das die Inflation. Also der normale Mensch, also derjenige, der sich überhaupt nicht für Politik interessiert, der wird jeden Tag über die Nahrungsmittel damit konfrontiert, dass wir es zurzeit immer noch mit einer ziemlich heftigen Inflation zu tun haben. Und das entfremdet die Leute natürlich. Dazu kommen natürlich diese ganzen Talkshow-Interviews, wo also gerade die Leute wie Herr Habeck oder so sich immer von ihrer inkompetentesten Seite zeigen. Also ich meine, das Vertrauen in diese Regierung, das schwindet von Tag zu Tag mehr. Und die einzige wirkliche Oppositionspartei in der letzten Zeit, muss man ja sagen, ist ja die AfD gewesen. Also die AfD hat in der Gesundheitskrise wirklich als einzige Partei den ganzen Schwindel da beim Namen genannt. Obwohl die am Anfang auch mitgeschwommen sind, das muss man auch ganz klar sagen. Am Anfang waren die auch für Maskenpflicht und diese ganzen Sachen. Und dann als sie gemerkt haben, dass alle diesen Film fahren, haben sie halt diesen gegenteiligen Film gefahren. Also ich vertraue dieser Partei null. Ich vertraue aber keiner Partei. Weißt du, was ich meine? Und ich finde auch nicht geil, was die teilweise für Dinge halt raushauen. Es geht halt in diese fremdenfeindliche Richtung auch von den Reden, die die teilweise halten. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber die meisten und die Parteispitze sind, glaube ich, sehr anti allen Menschen, die hier eventuell Mixed Race sind, so wie ich. Oder von irgendwo her gekommen sind damals. Irgendwelche, keine Ahnung, Alter. Menschen halt mit Migrationshintergrund. Ich glaube, dass die halt echt da in die Richtung sehr krass unterwegs sind. Und könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich nicht für Fremdenfeindlichkeit bin. So, weißt du? Und die AfD ist auch nicht dabei, wenn es um die Klimakrise geht und um die ganzen Lügen innerhalb der Klimakrise. Interessant ist natürlich, dass die Leute, die sich da als lupenreine Demokraten immer gebärden, dass die jetzt nach einem Verbot der AfD rufen. Weil also das ist so der letzte Hilfeschrei von Leuten, denen also die Wähler weglaufen. Aber ich glaube, die Leute sollten sich auch nicht zu viel Hoffnung... Ja, dieses Verbieten-Thema ist halt so ein Thema. Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, es sollte alles organisch passieren. Wenn die Leute halt so ein Vertrauen in diese Partei reinlegen und die Partei schon so lange im Bundestag drin ist, kannst du jetzt auch nicht von der Seite kommen und sagen, man muss das Ding verbieten. Weißt du? Das finde ich jetzt auch nicht geil. In Bezug auf die AfD machen. Weil wir haben ja gerade in den letzten Tagen gehört, dass Frau Weidel gesagt hat, ja, wir werden dann auch einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Also die AfD hat als Ziel offensichtlich auch nur an die Regierung zu kommen und in diesem System, mit diesem System so weiter zu arbeiten. Und deswegen ist die AfD auch nicht die Lösung der Probleme, sondern im Grunde auch ein Teil des Problems. Safe. Mann, wenn die an die Macht kommen, müssen die auch die Dinge umsetzen, die sie umsetzen müssen. Weil da Leute hinten dran entscheiden, welche Dinge umgesetzt werden müssen. Und nicht die Politiker, die uns präsentiert werden. Das ist meine persönliche Meinung. Man braucht ja immer wieder auch einen Hoffnungsträger, ein Symbol. Und wenn einem dann jemand gerade aus dem Herzen spricht, dann ist das eben, ja, wie perfekt hingestellt. Ganz genau. Ich möchte noch rübergehen zum Russland-Ukraine-Krieg. Denn das ist auch ein sehr, sehr akutes Thema, was uns tagtäglich ereilt. Und hier gab es eine erschreckende Bemerkung, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärt, ich zitiere, Frieden kann nicht bedeuten, den Konflikt einzufrieren und einen Deal zu akzeptieren, der von Russland diktiert wird. Also er sieht den Frieden eher durch militärische Erfolge, wo die NATO dann dementsprechend mithelfen muss. Daraufhin sagt der russische Außenminister Lavrov, wenn die NATO durch den Mund von Stoltenberg erklärt, dass sie gegen ein einfrieren des Konflikts ist, bedeutet das, dass sie kämpfen wollen. Und wir sind bereit. Also ich persönlich finde das schon sehr heftig. Wie weit soll sich das aufbauschen? Ja, das ist absolute Kriegsrhetorik und zwar von beiden Seiten. Die wollen gar keinen Frieden. Die wollen nicht miteinander reden. Die wollen nicht, dass das zu Ende geht. Sonst würden die aufeinander zugehen. Und was Herrn Stoltenberg angeht, da kann man nur sagen, der Weg ist das Ziel. Und wenn der Weg militärischer Natur ist, dann wird das Ziel auch militärischer Natur sein. Also da gewinnt dann der Stärkere und das Wettrüsten wird dann ewig weitergehen. Also so wird das Ganze jedenfalls niemals beendet werden, sondern auf Dauer weitergehen. Und wir sehen ja auch, dass im Moment auch wieder eskaliert wird. Also wir haben ja gerade diese NATO-Übung, Air Defender 23, die läuft jetzt noch bis diesen Freitag. Und da sind ja jetzt auch ein paar Einsätze gewesen, die eigentlich so nicht geplant waren und auch nicht vorher so angekündigt waren. Also da hat es dann Flüge nach Litauen gegeben, Flüge nach Polen. Die waren gar nicht in der Planung mit drin. Und das sind natürlich also reine Provokationen, auf die die Gegenseite dann wieder mit solchen knallharten Sprüchen wie Herr Lavrov reagiert. Also da wird von beiden Seiten weiter eskaliert und ich sehe da überhaupt kein Ende im Moment. Das ist voll krass, Mann. Guck mal, wie lange das schon geht. Wie lange geht das schon, meine lieben Freunde? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon geht, aber es ist jetzt ein Jahr schon, oder? Bestimmt schon ein Jahr jetzt. Wer hätte damit gerechnet? Okay, eigentlich geht es ja schon seit 2014. Aber ich meine, seitdem Putin in die Ukraine reingegangen ist, so. 2 Februar 2022. Guck mal. Crazy, Mann. So traurig, Menschen sterben da für nichts. Und wie der eine Bruder eben schon gesagt hat, Krieg ist Business. Von Blackrock etc. Es gibt wohl auch schon Deals, ne? Es gibt wohl auch schon Deals, ähm... Von Blackrock etc. Habe ich auch irgendwas gesehen, wurden schon Verträge unterschrieben, dass die dann danach quasi das Land wieder aufbauen, die Ukraine. Und finanziell unterstützen quasi. Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Ist denn Frieden überhaupt ansatzweise geplant? Oder profitiert man da einfach zu stark darin? Beziehungsweise wäre das denn so überhaupt möglich? Nein. Da sterben einfach Menschen. Das, was so heftig traurig ist, finde ich persönlich so. Es sterben einfach Menschen da tagtäglich. Auf der russischen Seite, auch auf der ukrainischen Seite. Menschen, die mit diesem ganzen Konflikt nichts zu tun haben. Null Prozent damit zu tun haben, so. Und das wird so lange gezogen und immer mehr Menschen sterben und so. Das ist einfach sad, Bro. Also im Moment muss man sehen, wer steckt denn da überhaupt dahinter. Ich meine, das ist der digital-finanzielle Komplex, der im Moment damit sehr viel Geld macht. Also die Rüstungsindustrie weltweit legt immer weiter zu. Und ich glaube, so eine Goldgrube, die lassen sie sich nicht entgehen. Und ich meine, außerdem stehen wir vor der Einführung eines neuen Geldsystems. Da müssen die Leute unter Druck gesetzt werden, damit sie das akzeptieren. Und da ist... Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass es so weit geht. Schwere ich dir. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so lange anhält, auch dieser Konflikt. Ein Krieg natürlich auch sehr hilfreich. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie an einer Deeskalation interessiert ist. Und ich sehe auch nur, dass an allen Ecken und Enden weiter eskaliert wird. Also ich sehe da wirklich eine sehr düstere Zukunft für uns alle. Wenn wir auch beim... ...Krieg bleiben. Der US-amerikanische Außenminister erklärte in Beijing, dass sie die Unabhängigkeit Taiwans auch nicht mehr unterstützen wollen. Und das ist etwas absurd, weil eben der amerikanische Präsident Biden genau das Gegenteil ihnen eigentlich zugesichert hat. Also was ist hier los? Ja, das, was Anthony Blinken da gesagt hat, ist eigentlich die absolute Sensation der Woche. Weil das widerspricht allem, was die Amerikaner in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegenüber China an Politik gefahren haben. Aber es gibt da für mich zwei Möglichkeiten. Entweder er versucht, die Chinesen da in eine Falle zu locken, so wie man damals Saddam Hussein in die Falle gelockt hat. Oder man arbeitet mit den Chinesen Hand in Hand. Saddam Hussein hat man damals in dem Glauben gewogen, dass wenn er nach Kuwait einmarschiert, die Amerikaner einfach zugucken werden. Und das klingt bei mir für mich jetzt ganz ähnlich. Also dass sie sagen, also die Unabhängigkeit von Taiwan ist für uns nicht mehr oberste Priorität. Das klingt wie eine Einladung an die Chinesen. Ihr könnt Taiwan jetzt gerne einnehmen. Auf denen, ja. Ich weiß nicht, ob die Chinesen darauf eingehen. Eine andere Möglichkeit ist einfach, dass man versucht, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben. Und noch eine Sache, die man im Hintergrund nicht vergessen darf. In Taiwan werden im Januar 2024, also in ungefähr sieben Monaten, Wahlen stattfinden. Und in Taiwan ist es im Moment so, dass einige pro-chinesische Kräfte immer weiter zunehmen. Und es wird natürlich schwierig, wenn jetzt die... Er hat es ja auch selber mal gesagt, der Ernst Wolf, dass auch chinesische Regierungsleute quasi vom WEF ausgebildet wurden. Young Global Leader waren etc. Und damit den Leuten auch Hand in Hand arbeiten. Wie gesagt, als ich das auch gehört habe und Putin auch beim WEF war, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, wie kann das sein, dass die dieselbe Ausbildung durchhaben und in ähnlichen Netzwerken stattfinden und dann trotzdem so krass gegeneinander kämpfen. Und das sagt mir, dass es auch unter Umständen wirklich möglich sein kann, dass diese ganzen Konflikte, die wir sehen und die in den Medien aufgebauscht werden, eigentlich gar keine echten Konflikte sind, sondern einfach nur dafür da sind, um uns irgendwas zu geben, mit dem wir uns beschäftigen können, worüber wir reden können und im Hintergrund ganz andere Sachen passieren. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Chinesen und die Amis eventuell hinter den Kulissen gar nicht so verfeindet sind. Vielleicht auch sogar die Russen und die Amis, weiß ich nicht. Aber das kann ich mir... Also wenn ich mir alles angucke, was die Politik schon verzapft hat und so, dann kann ich mir auch solche Geschichten durchaus vorstellen. Wenn die Wahl durch die pro-chinesischen Kräfte gewonnen wird und die Mehrheit des taiwanesischen Volkes dann für einen Zusammenschluss mit Festlandchina ist, vor allem deswegen im Hintergrund wahrscheinlich, weil sie vor einem Krieg Angst haben, dann wird es natürlich schwer, der Weltöffentlichkeit so einen militärischen Konflikt da zu verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass man denken soll, dass das Gerede von Herrn Blinken darauf deuten lässt, dass da irgendwie der Konflikt entschärft ist. Also weiterhin ein Brandherd, der jederzeit explodieren könnte. Wenn wir wieder rüber switchen nach Deutschland, und zwar da gehen wir zu Intel, einem US-amerikanischen Halbleiterhersteller. Und der bekommt nämlich von der Bundesregierung für die Ansiedlung einer Chipsfabrik in Magdeburg nicht nur an die 10 Milliarden Euro Steuergeld, sondern auch günstige Stromkosten zugesichert. Und das sorgt jetzt natürlich für sehr viel Kritik. Die Frage ist, ist das gerechtfertigt? Ja, das Ganze ist wirklich vollkommen absurd, weil zuerst war die Rede von 6,9 Milliarden, die man Intel da geben sollte. Also man muss erst mal wissen, Intel ist einer der ganz großen Halbleiterproduzenten auf der Welt, ein amerikanisches Unternehmen, was im letzten Jahr einen Umsatz von 63 Milliarden Dollar gemacht hat und einen Gewinn von 8 Milliarden Dollar. Also das ist einer der ganz großen Spieler und die stehen wirtschaftlich unglaublich gut da. Und Magdeburg hat das Ganze so gerechtfertigt, dass man ja Arbeitsplätze dahin holt. Wenn man jetzt aber diese 10 Milliarden oder es sind genau eigentlich nur 9,9 Milliarden mal hochrechnet auf die projektierten 3.000 Arbeitsplätze, dann kostet jeder Arbeitsplatz allen Ernstes 3 Millionen Euro. Das ist wirklich ein sehr teuer eingekauftes Geschäft. Aber interessant ist aber wieder der Hintergrund. Also der Hintergrund ist folgender, dass Herr Lindner ja schon bei 6,9 Milliarden damals gesagt hat, nein, unsere Finanzen sind eng genug, das dürfen wir nicht vergeben. Und dass jetzt aber sogar von noch mehr geredet wird oder ein Abschluss getätigt wurde. Dahinter stehen zwei Leute. Das eine ist Olaf Scholz, das andere ist Robert Habeck. Olaf Scholz wird beraten von Herrn Cookies. Herr Cookies kommt aus den Reihen von Goldman Sachs. Hauptaktionär von Goldman Sachs ist niemand anders als BlackRock und Vanguard. Herr Habeck hat eine Wirtschaftsberaterin, die von BlackRock kommt. Intel selber als größter Anteilseigner im Aktienbereich, also als größte Shareholder. Erstens Vanguard, zweitens BlackRock und drittens State Street. Wobei man wissen muss, Vanguard ist auch noch der Hauptaktionär von BlackRock. Und BlackRock und Vanguard sind die Hauptaktionäre von State Street. Wie krass das alles miteinander verwoben ist, ist echt heftig. Da musst du schon mies in die Recherche reingehen, um das alles zu verstehen. Leute einfach das Geld in die Hand und tun das auch grenzüberschreitend. Also Herr Habeck entpuppt sich da mal wieder als nichts anderes als der verlängerte Arm von BlackRock. Also er hat nichts aus seiner Vetternwirtschaft gelernt und bleibt bei den Verstrickungen. Ganz genau. Ja und wo es Intel gerade gut geht, geht es wiederum der deutschen Industrie nicht sehr gut. Und am Tag der Industrie hat ja auch ein Scholz sehr viel Kritik von deutschen Unternehmen dann dementsprechend einstecken müssen. Denn sie sind der Meinung, die deutsche Politik lahmt den deutschen Standort. Ja, die Frage ist nur, was ist die Absicht dahinter? Das stimmt, man. Deutschland wird immer mehr kaputt gemacht. Weißt du, ich weiß nicht genau, welche Mächte da an einem Strang ziehen. Aber die Regierungen, selbst unsere Regierungen, fahren uns an die Wand so. Weißt du, wie ich meine? Da hat man schon lange nicht mehr das Gefühl, dass die ein Interesse daran haben, dass es der deutschen Wirtschaft und dem deutschen Bürger gut geht so. Also muss ich dir ganz genau so sagen, wie es ist? Vielleicht nicht nur die Gesellschaft ausgetauscht werden, sondern möglicherweise auch die Industrie. Ich denke, man kann nicht so sagen, dass es der deutschen Wirtschaft insgesamt nicht so gut geht. Also es gibt einige Konzerne, denen geht es sogar sehr gut, gerade im großen Bereich. Und man muss auch wissen, dass viele deutsche Konzerne ja mit ausländischen Investoren arbeiten. Also die 40 DAX-Konzerne zum Beispiel haben alle BlackRock und Vanguard mit an Bord als Aktionäre. Und es ist dieses riesige Kartell aus BlackRock, Vanguard und den großen IT-Konzernen, was die Welt im Moment beherrscht und was die Politik beherrscht. Also diese ganze Situation, dass es wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt, die gibt es ja nicht nur in Deutschland. Die gibt es in England, die gibt es in Frankreich, in Italien. Überall auf der Welt sehen wir das gleiche Bild. Ja, okay, krass. Ich kriege halt immer nur mit, was in Deutschland gerade abgeht. So Italien, England und so kriege ich gar nicht mit. Jetzt sehen wir, der Mittelstand ist das große Opfer dieser ganzen Politik. Weil die großen Konzerne, die können eine schwierige Phase ganz gut überstehen. Ich habe halt zum Beispiel einfach nur gemerkt, wo ich auch wieder in Deutschland war, dass die Preise echt extrem teuer geworden sind. So wenn du einkaufen gehst, da habe ich teilweise hingeblättert, extrem. Und auch die Energiepreise, so was Strom und Gas angeht, halt extrem in die Höhe geschossen ist. So, dass es verdoppelt, verdreifacht war von dem, was ich früher mal bezahlt habe. Und das ist halt schon eine krasse Sache. Am Ende sind eh die, die leiden leider die Bürger. Wir haben genügend Rücklagen, die sitzen auf weichen Polstern. Aber der Mittelstand, der wird praktisch zum Abschluss freigegeben. Und das sehen wir ja im Moment. Also wir haben in diesem Jahr, im letzten Jahr, eine Zunahme gegenüber dem vorletzten Jahr von wieder über 18 Prozent an Insolvenzen im Mittelstand gehabt. Also das... Krass, Digga, Mittelstand halt, ne? Die großen Unternehmen haben nie irgendwas zu befürchten, wenn irgendwelche Maßnahmen kommen auch und so. Bei denen läuft immer alles durch so, weißt du? Aber der Bürger, der einzelne Bürger, der ist halt am geficktesten immer. Die Agenda heißt im Moment einfach Konzentration. Die ganze Sache wird von den großen Unternehmen beherrscht. Und der Mittelstand, der leidet wirklich richtig. Ja, selbst China, muss man sagen, kauft sich jetzt hier fleißig ein. Denn China sichert sich weltweit die Kontrolle über den Batterierohstoff Lithium. Und wenn man das hochrechnet, dann haben diese bis 2025, sagt man so, ein Drittel der weltweiten Lithiumversorgung unter ihrer Kontrolle. Man muss da auch aufpassen, dass man sich so in nationalen Grenzen denkt. Weil wir haben den digital-finanziellen Komplex und der arbeitet grenzüberschreitend. Und das Interessante ist ja, dass dieser digital-finanzielle Komplex mit der KP China offensichtlich ein Bündnis eingegangen ist. Also die arbeiten ja Hand in Hand, auch wenn man nach außen die Leute glauben lässt, also dass es zwischen Amerika und China auf politischer Ebene große Spannungen gibt. Die gibt es tatsächlich auch. Aber die übergeordnete Kraft, das ist dieser digital-finanzielle Komplex. Ja, das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, Freunde. Und der sorgt dafür, dass die großen Konzerne immer reicher werden, dass einige wenige in der Welt also unglaublich an Macht auch eine Machtzunahme genießen im Moment. Und da spielt die KP China den großen Digitalkonzern und den großen Finanzkonzern direkt in die Hände. Also für mich ist es so, wir haben den digital-finanziellen Komplex. Der sitzt eigentlich im Silicon Valley, an der Wall Street und inzwischen mit einem dritten Fuß in Beijing. Also kann man aber trotzdem sagen, dass das Vorbild in Richtung China geht, anstatt dass man sich beispielsweise nach Deutschland richtet? Na, das große Vorbild ist sowieso China, weil China ist der absolute Überwachungsstaat. Und das ist das, wo alle hinwollen, weil das natürlich für Regierungen ein Träumchen ist, Digga. Da werden Dinge umgesetzt, da wird nichts mehr hinterfragt, kritische Stimmen werden gelöscht, werden teilweise sogar richtig verfolgt auch. Und ja, Digga, ich glaube, das sehe ich nämlich auch so. Das hast du ja auch gemerkt in der Corona-Zeit, es geht halt um Kontrolle. Und die Chinesen sind da schon die Vorreiter, was das alles angeht. Uns allen droht, weil uns allen droht die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Und China ist da am weitesten fortgeschritten. Und man kann dieses Geld auf Dauer, also über eine längere Zeit nur aufrecht. Der Typ ist aber wirklich mit Vorsicht zu genießen. Er hat schon sehr oft Müll geredet. Wir genießen alles mit Vorsicht hier auf diesem Love-Stream, meine lieben Freunde. Wir gucken uns die Videos an, nehmen die Informationen auf, verarbeiten die in unserem eigenen Gehirn und verbinden die eventuell mit anderen Informationen, die wir schon irgendwo gesammelt haben. Und dann treffen wir für uns selber, jeder einzeln, eine Entscheidung, was er glaubt und was er nicht glaubt. So, das muss man hier an der Stelle definitiv dazu sagen. Du entscheidest, was du als Wahrheit siehst und was nicht so. Wenn man die Leute digital voll und ganz beherrscht, also über IDs, über 15-Minuten-Städte, über Gesichtserkennung und so weiter, da ist China natürlich ganz vorne. Und das ist natürlich der Traum all dieser Konzerne, das bei uns auch einzuführen. Ich finde, wir erleben gerade auch eine An... Und ich muss sagen, ich mag Ernst Wolf, weil er auch mies in der Recherche drin ist und einige Informationen rausknallt, die man definitiv nochmal nachrecherchieren kann, wo ich mir auch schon ab und zu mal Anregungen von ihm geholt habe und mich dann nochmal selber in die Themen reingelesen habe oder mir noch was angeschaut habe zu den Themen. Also ich finde den Mann echt einen starken Typen so. Der hat echt auch einen Durchblick bei einigen Sachen. Und deswegen gucke ich mir auch ab und zu mal ein Video von ihm an, meine Judsten. Und das geht darum an, das digitale Geld, denn es gibt jetzt die Kultur-App. Und ja, die ist für junge Erwachsene, sie bekommen 200 Euro digital, nur für einen bestimmten Zweck, so Theater, Bücher und so weiter, auch an ein Verfallsdatum gebunden. Und man braucht natürlich nur eine kleine App und einen elektronischen Ausweis. Ich finde, das ist sehr, sehr verdächtig. Ja, ich finde auch interessant, wer das Ganze wieder inszeniert hat. Das sind mal wieder die Grünen. Also das ist Frau Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien. Das Ganze ist übrigens hier in Berlin schon ausprobiert worden. Hier gab es eine Jugendkulturkarte in den letzten Monaten, also Anfang dieses Jahres. Da ging es allerdings nur um 50 Euro. Aber offensichtlich war die so erfolgreich. Und man hat so viel Daten sammeln können und so viele Jugendliche noch tiefer in diesen... Echt jetzt? Da habe ich gar nichts mitgekriegt von. ... hineinziehen können, dass man das jetzt eben ausgeweitet hat. Also dass alle, die jetzt in diesem Jahr 18 werden, diese Karte dafür 200 Euro bekommen. Aber ganz wichtig ist das, was Sie gerade erwähnt haben. Das ist nämlich, dass das Ganze ein Ablaufdatum hat. Also da werden die Leute auch schon an bestimmte Dinge gewöhnt. Krass! Die sie dann im Zuge des digitalen Zentralbankgeldes werden hinnehmen müssen. Weil digitales Zentralbankgeld... Ich glaube, einige Sachen sind in den letzten Jahren passiert, um uns an gewisse Situationen zu gewöhnen. Zum Beispiel QR-Code scannen, wenn du irgendwo rein willst und so. Das sind doch alles Themen, die nicht nur gemacht wurden, damit man die Gesundheit überwachen kann oder so. Ich glaube, wir wurden da mies auf gewisse Dinge vorbereitet, dass wir uns schon mal daran gewöhnen, dass unsere Gesundheitsdaten auf unserem Handy sind und dass wir die brauchen, um irgendwo reinzukommen oder irgendwo hinzureisen und so. Das sind doch alles Dinge, die uns schon ein bisschen auf Dinge vorbereiten sollen oder nicht, Freunde? Bin ich der Einzige, der so denkt? ...wird wahrscheinlich auch ein Ablaufdatum haben. Das erinnert auch an China, wo sie auch diese Lotterie gemacht haben und jedem ein bisschen Geld, damit die das eben auch testen. Also wie so die ersten Tests, die schon mal ablaufen. Ganz genau. In Shenzhen ist das gemacht worden. Da haben die Leute auf ihre digitale Wallet Geld gespielt bekommen und das war genau so. Lockdown kannte vorher keiner. Bald gibt es wegen jedem Müll. So, ich schwöre dir. Lockdown. Klima-Lockdown. Hitze-Lockdown. Der, die Krankheit-Lockdown. Haben wir uns schon daran gewöhnt auf jeden Fall. Gültig. Und nach sechs Tagen ist das von der Wallet wieder verschwunden. Ja, also das sind mysteriöse Zusammenhänge. Die Frage ist natürlich, wann das alles dann kommen wird. Aber man hat das Gefühl, dass zumindest die Leute auch sensibilisiert werden, immer stärker. Also, dass das gar nicht mal... Ja, auch diese ganze Einschränkung, die stattgefunden hat und dieses ganze auch Freedom of Speech und so, dass du noch Dinge sagen darfst und so. Da wurde ja auch extrem viel getan. Wie gesagt, Alter, vor Corona wurde man nicht groß gecancelt, wenn man mal Sachen gesagt hat, die vielleicht ein bisschen crazy sind für den einen oder anderen. Und so. Das war dann halt einfach so. Und das hat nicht wirklich viele Leute interessiert. Aber das ist halt immer enger geworden. Dieser Korridor ist immer enger geworden. Das, was man sagen darf, was man denken darf, über was man reden darf. Immer enger geworden. Leute trauen sich heutzutage kaum noch, über irgendwelche Dinge zu reden, weil die im Hinterkopf haben, oh, vielleicht könnte ich gecancelt werden und dies, das war früher nicht so extrem. Und auch das ist eine Sache, wo man uns schon genau in diese Richtung steuert, dass man irgendwann voll kontrolliert wird. So, weißt du? Die haben es bis in unsere Köpfe reingeschafft, dass wir uns nicht mal mehr trauen, gerade als Person des öffentlichen Lebens, die Dinge, die wir denken oder auf dem Herzen haben, auszusprechen, weil wir immer damit rechnen müssen, dass uns irgendwer cancelt oder irgendwelche Unternehmen nicht mehr mit uns arbeiten wollen oder irgendeine Plattform unsere Sachen nicht mehr teilen will. Wo ferner Zukunft ist. Vielleicht denke ich, die Lawine, die rollt. Also man sieht ja, der digitale Euro ist ja jetzt in dieser Woche angekündigt worden. Echt? Wir wissen, im nächsten Monat, im Juli, startet die Federal Reserve, also die US-Zentralbank, das FedNow-Programm. Also da geht es mit Riesenschritten voran im Moment. Und wer wissen will, was uns allen droht, der sollte wirklich sich darüber informieren, was in Nigeria passiert. Oder was da auch in den letzten Monaten passiert ist. Also da hat man ja dieses digitale Zentralbank eingeführt. Da sind die Leute nicht mitgekommen, haben nicht mitgezogen. Und dann hat man das Bargeld immer weiter eingeschränkt. An den Automaten war kein Geld mehr zu haben. Das Abheben von Geld hat plötzlich horrende Gebühren gekostet. Dann ist jetzt ein Gesetz erlassen worden zum März, glaube ich, Anfang März oder Anfang April, dass staatliche Gelder nur noch in digitaler Form ausgezahlt werden. Also da sieht man die ganze Bandbreite dieses Schreckensszenarios. Und die Leute sind natürlich auch dagegen vorgegangen. Also es hat da Straßenbarrikaden gegeben, es hat Proteste, es hat Plünderungen gegeben. Daraufhin sind Polizei und Militär eingesetzt worden. Also da sieht man, in welche Richtung es geht, wenn die Leute dieses Geld nicht freiwillig akzeptieren. Und ich glaube, die Leute sind heute noch nicht informiert darüber. Also es gab gerade jetzt eine Untersuchung in den USA, dass die weitaus größte Mehrheit der Menschen bereit ist, das Geld zu akzeptieren, weil sie es nicht versteht. Aber wenn das dann wirklich ganz nah auf die Einführung reingeht, ich glaube, dann werden die Leute... Also der digitale Euro wurde schon angekündigt, oder was? Habe ich auch nicht mitbekommen. Ah, da passieren ganz viele Dinge, ne, meine lieben Freunde? Und dann steht man vor verendeten Tatsachen. Trust. Trotzdem den Glauben, man ist gut, wenn ich verliere. ...und dritte Gedanken haben. Weil dann werden sie plötzlich merken, also was, wie man sie über dieses Geld beherrschen kann. Und ich hoffe und glaube auch tatsächlich, dass viele Leute dann davon Abstand nehmen werden, sich diese Wallet aufs Handy spielen zu lassen oder diese Wallet dann zu benutzen. Also ich bin sehr gespannt, was in der nächsten Zeit passiert. Ich glaube, wenn sowas kommt, ist es auch nicht mehr lange hin, ne? Digitale Euro, dies, das, bla bla bla. Pah, Digga. Dann ist alles... Auch unsere Hoffnung stirbt zuletzt, dass die Menschen sich dann spätestens dann auch wehren können. Und natürlich, der Internationale Währungsfonds hat ja auch schon sehr lange her Empfehlungen abgegeben, wie die Mitgliedstaaten denn ihr Bargeld da abschaffen könnten. Also das ist schon ein langwieriges Projekt, das da läuft. Ja, ja, der IWF hat ja vorgeschlagen, eine Steuer aufs Bargeld zu erheben, sodass jede Bargeldzahlung dann teurer wird, als die digitale Zahlung. Boah, Digga, krass. Auf diese Art und Weise wird man das Bargeld natürlich dann sehr schnell aus dem Verkehr ziehen. Ich muss ehrlich sagen, ich zahle auch nicht viel mit Bargeld so. Weil gerade wenn ich in Deutschland bin, in Deutschland kaum, nur Friseur und ein paar Sachen bezahle ich mit Bargeld und ansonsten immer kontaktlos mit Handy so. Da bin ich schon auch einer, der da reingezogen wurde, weil es einfach auch einfacher ist und du nicht so viel Geld mit dir rumschleppen musst so. Was ich mache aber ist, ist mir immer ein bisschen Bargeld hinzulegen so. Für den Fall der Fälle, weißt du, wie ich meine? Ich hab's gerne, wenn ich ein bisschen Bargeld zu Hause hab. Wie seid ihr unterwegs? Zahlt ihr kontaktlos mit Handy oder mit Karte oder seid ihr auf den Bargeld-Vibes unterwegs? Ich fürchte wirklich, dass wir die Einführung von diesem digitalen Zentralbankgeld nicht mehr verhindern werden können. Aber ich setze immer auf die Zeit danach, weil wenn das einmal eingeführt ist, dann wird es sich zeigen, dass das Geld auf Dauer nicht funktionieren kann. Und zwar auf relativ kurze Sicht. Also das neue Geld wird dazu führen, dass man den Leuten immer mehr von diesem neuen Geld einspielen wird. Also gerade zum Beispiel, man muss den Sozialetat nehmen. Man muss die ganzen Hartz-IV-Empfänger nehmen. Denen wird das Geld dann über das digitale Zentralbankgeld wahrscheinlich ausgezahlt. Aber dieses Geld ist dann ein Ablauf. Ich zahle alles Bar. Nur Bares ist Wahres. Scheine. Also ich zahle gerne mit Karte, aber ich hab gern Bargeld da. So. I don't know. Ich bin nicht gerne mit viel Bargeld unterwegs auch irgendwie. Okay. Ich will mir demnächst auch, wenn irgendwann finanziell, wenn ich genug Bargeld habe, will ich das auch, also wenn ich genug Bargeld aufgestaut habe, will ich das auch mal, ich will mir auch Gold zulegen. Sag ich dir so, wie es ist. Seit diesem Video mit den fünf Phasen zum Systemzusammenbruch, Digga, habe ich Bock, mir Gold zuzulegen. ...datum gebunden, also man muss es innerhalb von 30 Tagen ausgeben. Das heißt, dass das ganz schnell in die Wirtschaft reingespült wird. Die Wirtschaft wird mit Preiserhöhungen reagieren. Dann werden die damit reagieren müssen, dass sie dieses digitale Zentralbankgeld, dieses universelle Grundeinkommen jedenfalls erhöhen. Und das wird in eine Spirale führen, die kein Ende hat. Und wenn diese Inflation einmal richtig in Gang kommt, dann werden sie irgendwann sagen, also zu dem alten Mittel greifen, was immer, zu dem sie immer gegriffen haben. Und das sind Preiskontrollen. Und sobald man Preiskontrollen einführt, wird die Produktion eingeschritten und dann gehen die Preise noch mehr in die Höhe. Und dann haben wir es mit einer Hyperinflation zu tun. Also das digitale Zentralbankgeld ist nicht das Ende einer Epoche, sondern der Anfang einer neuen Epoche, die mit riesigen Turbulenzen einhergehen wird. Wenn wir schon bei der Inflationsrate sind, im Mai war die Inflationsrate in Deutschland, lag sie bei 6,1 Prozent, wo ein Habeck sich auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, hey, wir haben doch jetzt alles im Griff und was habt ihr denn? Ja, aber wir haben definitiv... Wie ist mit den Preisen so vor Ort, wenn man einkaufen geht und so? Ist es gleich geblieben, ist es teurer geworden oder was habt ihr so für ein Gefühl? Jetzt mal so lebensmitteltechnisch. Nicht alles im Griff. Ja, im Griff sowieso nicht, aber diese 6,1 Prozent sind ja sowieso lächerlich. Man muss sich nur diesen Währungskorb da mal ansehen. Viel interessanter und das ist für mich das einzig wirklich Maßgebende im Moment, ist die Inflation im Bereich der Nahrungsmittel. Und die wird öffentlich für den gleichen Monat mit über 15 oder 14 Prozent angegeben. Also ist extrem viel höher. Und das ist natürlich der Bereich der normalen Menschen, die sich eben für Politik und den ganzen Kram der damit... Teuer. Ein Mix Sunday war früher 1 Euro, jetzt 2,20 Euro. Das ist denn alles hart. Das ist hart. Das ist hart. Aber auch hier wird alles immer teurer. Auch hier mein Wasser, was ich hier immer kaufe, haben die jetzt in der Zeit, wo ich wohne, zweimal teurer gemacht. Um 60 Pesos, glaube ich, hat es angefangen. Auf 70 und jetzt auf 75. Das sind keine großen Sprünge, aber diese Inflation findet, glaube ich, auch weltweit statt. Wer da dran hängt, nicht interessiert, das ist das, wo Sie mit der Nase drauf stoßen, dass Ihr Leben immer schwieriger wird. Und das ist auch genau das, was die Ampelkoalition im Moment in solche großen Schwierigkeiten bringt. Aber diese offiziellen Zahlen, also ich empfehle jedem da mal einmal ins Internet zu gehen und sich mal diesen Währungskorb oder diesen Inflationskorb mal anzusehen. Das ist wirklich absurd, weil da spielen die Nahrungsmittel nur eine ganz kleine Rolle. Das ist ja, Statistiken und Studien kann man so lenken, wie man es gerade haben möchte. Möchtest du, dass die Menschen in Panik sind, dann mach sie höher. Möchtest du es nicht, machst du es sich wieder niedriger. Sehen wir ja auch in dem ganzen Klima. Wollte ich gerade sagen, ganze Klimadebatte auch genauso. Ganz genau. Die große Frage ist natürlich, die alle Zuschauer haben, ist, wie können wir dem entgegensteuern? Ja, einfach durch Aufklärung. Man muss die Leute darüber aufklären, was ihnen droht, wenn dieses digitale Zentralbankgeld eingeführt wird. Und ich halte das für das wirklich. Vertrauen, Glaube und Geduld, auch eine ganz wichtige Geschichte, meine lieben Freunde. Das ist das absolut wichtigste Projekt unserer Zeit. Also die Leute müssen das unbedingt wissen, dass hier die Digitalindustrie und die Finanzindustrie gemeinsam weltweit wirklich zuschlagen. Weil das Ganze wird, wie Sie gesagt haben, vom IWF koordiniert. Der baut gerade eine Plattform, damit man diese ganzen nationalen, digitalen Zentralbankwährungen auch miteinander koordinieren kann. Und wenn diese Plattform dann gebaut ist, dann gibt es natürlich so etwas wie ein Weltgeld. Und dieses Weltgeld wird das Bargeld dann vollständig ablösen. Also es gibt dann keinen Menschen auf der Welt mehr, der irgendwie bezahlen kann und davon ausgehen kann, dass er irgendwie anonym bleibt. Das ist eine persönliche... Stell dir mal vor, wir leben in einer Welt mit Weltgeld. Wo du keine Möglichkeiten hast, mehr Dinge zu kaufen oder zu bezahlen, ohne dass jemand davon mitbekommt. Uff. Was ich mich immer frage, wie die damit umgehen wollen in solchen Ländern wie jetzt hier in Mexiko zum Beispiel. Oder es gibt ja noch dritte Weltländer, wo nicht alle Leute ein Handy haben oder überhaupt Zugang zu irgendeinem Digitalgerät haben. Wie das da dann umgesetzt werden soll. Weißt du? Oder ob das dann wirklich nur in der westlichen Welt umgesetzt wird. I don't know. Und dass die Weltrechte da gewahrt werden oder dass er diesem ganzen Wahnsinn da entgehen kann. Ich vermute, dass es dann dazu kommen wird, dass das Geld der letzten 3000 Jahre sich wieder durchsetzen wird. Also ich glaube, es wird dann einmal einen großen Tauschhandel geben. Es wird natürlich Schwarzmärkte geben. Aber ich glaube auch, dass dann Gold und... Ja, es gibt schon sehr viele Menschen, die, glaube ich, da nicht mitziehen würden. ...wieder ins Spiel kommen werden. Insbesondere Silber. Weil Silber im Alltag dann wahrscheinlich, in meinen Augen, sehr wahrscheinlich wieder gehandelt werden wird. Was wir dagegen tun können, wir können nicht viel dagegen tun. Also Aufstände nützen nichts. Also ich denke, das Einzige, was wir machen können, ist immer weiter aufklären und den Leuten erklären, was dieses digitale Zentralbankgeld bedeutet. Und dass die Kampagne, die jetzt im Moment entfacht wird, dass die voller Lügen ist. Also da wird den Leuten ja gesagt, das ist sicher, weil die Zentralbank kann nicht kaputt gehen. Die Zentralbank kann ewig existieren. Ja, aber die Zentralbank kann nicht verhindern, dass dieses Geld ständig entwertet wird. Und das ist das, was für die Leute interessant ist. Nicht die Sicherheit der Zentralbank, sondern die Sicherheit der eigenen Kaufkraft. Vor allem sind es immer noch die gleichen, die das ganze Geldsystem da verwalten und schalten. Von daher, wie kann man dann jetzt darauf vertrauen, dass alles besser wird. Aber ich stimme Ihnen zu, vorbereiten und aufklären, dass es eigentlich das, was... Gibt es Leute hier im Chat, die sagen, Digitalgeld ist auch vielleicht nicht schlecht so mit diesen Zentralbankwährungen und so? Muss ja nicht so sein, dass da irgendwie dann quasi, dass das mit Kontrolle einhergeht und dass Leute damit dann quasi noch mehr kontrolliert werden wollen, sondern dass es eigentlich eine gute Sache ist so? Ja. Würde ich mir auch mal ein paar Argumente für anhören. Ich würde gerne mal eine Diskussion sehen von jemandem, der das digitale Zentralbankgeld als gut hält. Jetzt zum Beispiel mit Ernst Wolf zusammen. So. Weil ich interessiere mich auch, ich bin mir fast sicher, dass es auch Leute gibt, die sagen, dass was Gutes ist. Weißt du? Der total geboten ist. Unbedingt. Einfach mal so eine Diskussion, Digga. Das wäre doch geil, oder? Ich finde halt, man... Ich finde, das Fernsehen sollte so sein, wenn es schon so ein Fernsehen gibt, wo man sich Sachen reinzieht. Ich finde, in der Corona-Krise hätte man den Lauterbach neben dem Wodak hinsetzen sollen. Weißt du? Und die dann einfach diskutieren lassen sollen. Boom. Ich finde, man sollte jetzt einen Ernst Wolf neben irgendeinem Finanzexperten, der pro-digitale Zentralbankwährung ist, bei ZDF irgendwo hinsetzen und diskutieren. Boom. Das ist doch geil, Bro. Das wollen doch alle sehen. Das ist doch das, was wirklich auch was bringt und was bewegt. Wo man dann wirklich sieht, worauf es hinauslaufen soll. Und da kann man sich doch erst richtig seine eigene Meinung bilden. Aber das will man halt nicht. So, dass Leute sich ihre eigene Meinung bilden. Sondern man will immer schön nur indoktrinieren. Und ihr müsst das glauben, was wir euch sagen. Dank. Und wir gehen über zur Migrationskrise und Klima. Oh, shit. Ja. Also, vielen Dank. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Danke. Peace out. Guter Talk aber. Feier ich. Liebe geht raus an die Chrissy. Liebe geht auch raus an den Judsten Ernst Wolf. Schreibt eure Gedanken zu dem Gesagten gerne unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, YouTube. Gang it out, man. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Ski.